Hallo Leute und willkommen zum Deck-Profile von den Monarchen. Ich habe es euch ja schon in zwei Videos angekündigt, dass es das geben wird. Wir haben uns gestern das Deck nur aus den Structure-Decks angeschaut, das ist das Budget-Monarchen-Deck. Heute möchte ich mit euch mein eigenes Turnier-Deck durchgehen, denn ich werde die Monarchen spielen von nun an. Ja, deshalb wird es das Deck hier mehrfach geben auf diesem Kanal, wir werden das immer mal wieder überarbeiten. Ich habe jetzt seit gestern, seit ich das Deck zusammengebaut habe, glaube ich etwa fünf oder sechs Mal komplett über den Haufen geworfen und neu gebaut. Und ja, jetzt mittlerweile bin ich recht zufrieden damit. Ich gebe noch zwei, drei kleine Sachen, die ich ändern muss, eine kleine Karte, die ich noch ändern werde, sobald ich sie dann hoffentlich morgen kriege. Und ja, falls ihr Verbesserungsvorschläge habt zu diesem Deck hier, denn wie gesagt, das ist nur meine Variante, schreibt mir die unbedingt in die Kommis rein, ich freue mich riesig drauf, das zu lesen und lasst uns doch zusammen ein richtig cooles Monarchen-Deck bauen. Ich versuche eure Vorschläge abzuwägen, umzusetzen und wie ihr wisst, ich gebe euch immer eine Antwort auf eure Kommentare. Von daher würde es mich riesig freuen, wenn wir da ein bisschen diskutieren könnten miteinander. Wir werden heute Abend im Livestream, den es geben wird, auch mit diesem Deck hier spielen, damit wir es ein bisschen ausprobieren können, ihr auch auf Twitch Vorschläge bringen könnt und wir das Deck so nochmal ein bisschen stärker machen. Zuerst mal, das Deck kommt komplett ohne Extra-Deck aus, wie es bei den Monarchen so üblich ist. Wir spielen also nur Main-Deck-Karten, wir haben kein Extra-Deck, dadurch ist das Deck sehr, sehr günstig. Ihr kommt damit locker unter 100 Franken weg und braucht nicht viel mehr als die Structure-Decks eigentlich. Ja, Side-Deck habe ich jetzt nicht zusammen, also ich habe ein Side-Deck hier zusammen gebastelt, mal so ganz grob. Ja, ist eine sehr individuelle Sache, falls ihr Vorschläge für Side-Deck habt, schreibt die runter in die Comments. Ich werde die auch lesen, ich werde die auch mal schauen, was ich davon umsetzen kann, weil ja, Meta-Game ist bei uns doch ein bisschen anders manchmal als so overall. Aber Side-Deck, ja, ich kann euch ein paar Ideen mitgeben am Ende des Videos, wenn ihr möchtet. So, genug gequasselt, fangen wir mal mit dem Deck-Profil. Wir spielen drei Aether und drei Erebus. Das sind die Boss-Monster vom Deck. Wieso? Für die, die die neuen Karten nicht kennen, Aether, wenn er beschworen wird, könnt ihr zwei Monarchen-Zauber-Fallen-Karten vom Deck oder von eurer Hand auf den Friedhof legen und ein Monster mit 2400 oder mehr und 1000 Verteidigungspunkten vom Deck-Special kommt dann in der Endphase auf die Hand zurück. Zudem könnt ihr ihn im gegnerischen Zug als Tributbeschwörung beschwören, indem ihr eine Monarchen-Zauber-Fallen-Karte vom Friedhof verbannt und das entsprechende Tribut dann noch entrichtet. Erebus, sehr, sehr guter Monarch, übrigens aus der griechischen Mythologie, ist der Bruder oder wie war das? Ne, doch der Bruder von Nix, also von der Nacht und der Einzige, der die anderen Götter sterblich machen kann und der Name ist Programm, denn Erebus entsorgt euch Karten auf dem Feld oder in der Hand des Gegners, indem ihr sie zurück ins Deck mischt. Sehr gut dabei, er zielt nicht. Also Dark Destroyer und die ganzen Kosmo-Karten können uns mal kreuzweise, wir mischen es trotzdem zurück, denn wir zielen nicht. Generell in diesem Deck sehr viele gute Karten, die Karten entsorgen und nicht zielen. Wenn er im Friedhof liegt, könnt ihr eine Monarchen-Zauber-Fallen-Karte auf den Friedhof abschmeißen von eurer Hand aus und ein Monster mit 2400 oder mehr Angriffspunkten und 1000 Defense zurück auf die Hand nehmen. Ja, genauso wichtig wie die Bosse hier ist die Tribute-Engine, die wir spielen und zwar ist das dreimal Edea und zweimal Eidos. Ich habe lange mit mir gerungen, ich habe hier ein bisschen auf YouTube auch noch geschaut, wie spielen es andere Leute. Ich war auf Reddit unterwegs, war auf ETCG, TCG Player, eigentlich überall ein bisschen rumsuchen, wie es andere Leute so spielen und bin dann noch zum Schluss gekommen, ja, ich glaube, es ist eine gute Idee, den auf zwei runterzusetzen, eigentlich reicht das. Für die, die die Effekte nicht kennen, Edea, wenn sie normal beschworen wird, beschwört sie euch einen Monster mit 800 Angriffs und 1000 Verteidigungspunkten vom Deck in die Verteidigungsposition. Eidos, wenn er normal oder spezial beschworen wird, erlaubt euch eine zweite Tributbeschwörung in diesem Zug. Also, ein normaler Spielzug ist eigentlich Edea, holt Eidos und dann wird ein Monarch drübergelegt. Zu den kommen wir jetzt auch gleich. Ich räume hier mal ein bisschen auf, das mal kurz zur Seite. Wir spielen Kuratz, ein Monarch, der bisher, naja, ich würde sagen, eher belächelt wurde, als er frisch rauskam, ja, da war er nicht so cool. Hat ihn kein Mensch gespielt, bisher auch eigentlich eher nicht. Grund ist, er ist sehr, sehr speziell. Er hat die Angriffs- und Verteidigungswerte eines Monarchen, sonst macht er aber ziemlich alles anders. Er aktiviert seinen Effekt nicht nur, wenn er normal, wenn er Tributbeschworen wird, sondern auch, wenn er spezialbeschworen oder normalbeschworen wird. Also auch, wenn er komplett ohne Tribut kommen würde. Effekt kommt durch. Ihr könnt dann bis zu zwei Karten auf dem Spielfeld wählen, die zerstören und der Besitzer der Karte zieht eine Karte pro Karte, die zerstört worden ist. Also wenn ihr zwei gegnerische Karten zerstört, darf der Gegner zwei Karten ziehen. Wenn ja eine gegnerische oder eine von euch zerstört, dürft ihr und der Gegner eine ziehen und so weiter. Cool ist das Ganze mit Aether zusammen. Also ihr beschwört sie im gegnerischen Zug, spezialt Kurats und habt dann die Möglichkeit, zwei Karten zu schießen, um beispielsweise eine Exit-Play zu verhindern, um die Pendel-Scale zu zerschießen, was es da nicht alles für Möglichkeiten gibt. Von daher, der Effekt, der euch Karten ziehen lässt und der auch den Gegner Karten ziehen lässt, ist sicherlich nicht optimal, aber in diesem Deck ist es eine super, super gute Karte, einfach weil ihr sie Toolbox-mäßig aus dem Deck spezialen könnt. Dann haben wir noch Tessalos, den Megamonarchen. Eine richtig coole Karte, den möchtet ihr unbedingt Starthand haben. Wenn ihr den Starthand habt und rausfragen könnt, richtig cool. Wenn ihr nämlich drei Puppen schworen wird, dürft ihr euch eine Karte, also dürft ihr euch die gegnerische Hand anschauen, das allein ist schon mal super. Und ihr dürft dann eine Karte davon wählen und auf den Friedhof legen. Wenn die Karte ein Monster war, dann kriegt ihr gegner Schaden in Höhe der Stufe des Monsters mal 200. Solltet ihr ein Feuermonster geopfert haben für Tessalos, was eigentlich eher unwahrscheinlich ist, kann aber passieren, wenn ihr ein gegnerisches opfert, dann gibt es noch zusätzlich 1000 Punkte Schaden. Ja, that's it. Tessalos. Cooles Monster, hohe Angriffspunkte und richtig leicht zu beschwören. Eigentlich sollte hier Kaios, der Megamonarch, drin sein, den habe ich aber momentan leider noch nicht. Ich habe meine ganze Sammlung durchforstet, ich habe ihn nicht gezogen. Ich habe ihn auch in den Megapacks nicht gezogen, in den Tinboxen. Leider, leider. Ich habe mir aber auf morgen schon so halbwegs einen organisiert. Ich kann es morgen mit Kaios spielen. Macht das unbedingt mit Mega Kaios. Der ist so genial. Ihr könnt ein geniesches Monster verbannen, entsorgt euch lästige Kopien von dem Monster. Das ist einfach super, super cool. Möbius ist wirklich nur Übergangsweise hier. Der verlässt uns gleich wieder. Wenn ihr ihn als Rebootbeschwörung beschwört, dürft ihr einfach bis zu drei Zauberfallen Karten auf dem Spielfeld zerstören. Spielt aber Mega Kaios, viel, viel bessere Karte. Und ja. Dann haben wir Majesty's Fiend und Vanity's Fiend. Zwei Monster, die ich richtig gerne mag, vor allem der Majesty's Fiend. Der hier erlaubt, keinen Monster auf dem Feld mehr seine Effekte zu aktivieren. Oder generell keine Effekte mehr zu aktivieren, egal ob auf der Hand, Friedhof, Feld, Schnurz. Und Vanity's Fiend ist im Prinzip Vanity's Emptiness auf Beinen. Keine Spezialbeschwung mehr. Kleiner Nachteil, beide können nicht als Spezialbeschwung beschworen werden. Also ihr könnt nicht Majesty's oder Vanity's Fiend mit Aether Spezialen. Was schade ist, denn Majesty's Fiend würde theoretisch in den Suchradius von Aether reinpassen. Schade. Naja, geht nicht, wäre aber auch zu krass gewesen, finde ich. Gut. Das sind so ein bisschen die großen Mönsterchen, die wir von den Monarchen spielen. Ich nenne die hier gerne auch Monarchen, weil sie einfach so gut reinpassen und ähnliche Eigenschaften haben. Dann haben wir noch ein paar Hand Traps, also Karten, die ihr von der Hand aktivieren könnt. Max C zweimal. Da habe ich überlegen, ob ich sie vielleicht dreimal spiele, wobei ich eigentlich finde, nee, zwei reichen eigentlich recht gut. Und eine richtig gute Karte aktuell dreimal Effekt-Wheeler. Das ist kein Witz. Drei Effekt-Wheeler, wieso drei Effekt-Wheeler? Ganz einfach. Sagen wir mal gegen PP. Ihr habt die Möglichkeit, den Sorcerer zu unterbinden. Ihr habt die Möglichkeit, den Joker zu unterbinden. Ihr könnt so viel machen damit. Ihr werft eine Karte ab und habt einen gegnerischen Monster-Effekt. Nicht jeder, der vielleicht einen Tag versaut hätte. Anderes Beispiel. Mirror Match. Wer Wähler zuerst auf der Hand hat, Monarch gegen Monarch, der gewinnt. Punkt. Wenn ihr hier Idea wählen könnt, that's it. Wenn der Spieler das nicht aufholen kann oder ihr schneller seid, hat er verloren. Ganz einfach. Deshalb Wähler auf drei, Maxi momentan auf zwei. Bin noch am Ruhm überlegen. Ich glaube, ob ich bleibe bei zwei. Weil, ähm, ja, drei sind vielleicht doch ein bisschen cloggy. Zu den Zauberkarten. Da haben wir ganz neu dreimal. Pantheismus der Monarchen. Coole, coole Karte. Ähm, ihr könnt eine Monarchen-Zauberfallen-Karte abschmeißen und zwei Karten ziehen. Das könnt ihr so machen pro Zug, wie ihr wollt. Ähm, sofern ihr Pantheismus natürlich habt und ein entsprechendes Kärtchen, das ihr abschmeißen könnt. Wenn sie im Friedhof liegt, könnt ihr sie banischen und dürft dann drei Monarchen-Zauberfallen-Karten aus eurem Deck wählen, die den Gegner zeigen. Und er wählt sich eine davon aus, gibt sie euch auf die Hand, die restlichen gehen zurück ins Deck. Richtig coole Karte. Dann haben wir noch Stormforth. Sturmkraft der Monarchen. Äh, die spiele ich hier zweimal. Ich hatte sie vorhin dreimal drin. Ist eigentlich auch nicht nötig. Ihr habt so eine gute Tribute-Engine mit, ähm, Eidos und Edea. Ähm, ihr habt noch die Field-Spell, so da kommen wir gleich. Ihr habt noch, ähm, Prime, ähm, Prime Monarch. Auch zu dem kommen wir noch kurz nachher. Ähm, eigentlich nicht nötig, hier drei zu spielen. Spielt aber eine dritte im Side vielleicht. Im Mirror-Match ist es super, super cool, die gegnerischen Monarchen opfern zu können. Dann haben wir, ähm, dreimal die Domäne der wahren Monarchen. Eine Field-Spell. Die Karte hier ist der Tod für jedes PP-Deck, das es nicht wegkriegt. Effekt, ganz kurz erklärt, wenn ihr ein Tribute-beschorenes Monster habt, der Gegner keins hat, und, ähm, ihr kein Extra-Deck habt, kann der Gegner keine Monster vom Extra-Deck spezialbeschwören. Das heißt, keine Exceeds, keine Fusionen, keine Synchros und keine Pendelbeschwörungen vom Extra-Deck. PP kann einpacken. Wenn kein MST und kein Twister kommt, die Karte liegen bleibt, PP hat verloren. Was wollen sie machen? Hm, nix. Ähm, zudem, zweiter Effekt ist auch ganz nett, ähm, wenn ein Tribute-beschorenes Monster von euch ein gegnerisches Monster angreift, kriegt es 800 Angriffspunkte. Ähm, dritter Effekt, ihr könnt ein Monster mit, äh, Stufe, ne, ein Monster mit 2800 Angriffs und 1000 Verteilungspunkten auf der Hand vorzeigen. Das sind die ganzen Mega-Monarchen, ähm, Aether und Erebus, äh, vorzeigen. Und das wird dann um zwei Stufen reduziert, ist also nur noch ein Stufe-6-Monster. Sehr cool, braucht dann nämlich nur noch ein Tribut. Dann haben wir die Sucherkarte des Decks, und zwar ist das Tenacity of the Monarchs, also die Hartnäckigkeit der Monarchen. Die ist auch im Structure enthalten als Common. Ähm, coole Sache, ihr zeigt ein Monster mit 2400 und 1000 Dev oder 2800 ACK und 1000 Dev in der Hand vor und wählt euch eine Monarchen-Zauberfallen-Karte aus dem Deck, nehmt sie auf die Hand. Ja, that's it, so einfach, so gut, dann spielen wir noch jeweils eine Rückkehr der Monarchen und einen Marsch der Monarchen. Rückkehr ganz kurz erklärt, wenn ihr Monster aus der Buchbeschwörung beschwört, was ihr in diesem Deck relativ häufig tut, könnt ihr euch einen Monarchen auf die Hand suchen. Also Monster mit 2400 und 1000 Defens, ohne Monster mit 2800 Angriff und 1000 Defens. Ja, so einfach, so gut, richtig coole Karte. Dann haben wir noch ein paar Karten, die jetzt nicht direkt Monarchen-Support sind, die aber sehr gut hier reinpassen, und zwar One for One und Reinforcement of the Army. Ähm, wieso Reinforcement of the Army? Das haben wir mich auch erst gefragt, weil Monarchen sind keine Krieger und sowieso viel zu hoch von der Stufe her. Was aber ganz gut klappt, ist Edea. Ja, Edea ist ein Krieger. Sucht euch hier auf die Hand, beschwört sie, holt Eidos und schon habt ihr euer Tributmaterial auf dem Feld. Hm? So einfach. Ähm, One for One macht genau das gleiche für euch. Ihr müsst einfach einen Monster abschmeißen. Da ist immer ganz cool, wenn ihr Erebus abschmeißen könnt, um den Friedhofseffekt zu nutzen. Und Specials, ähm, Edea, Edea, Specials, ähm, Eidos und ihr könnt eine Tributbeschwörung machen. So einfach, so gut. Ja, das zu den Zauberkarten. Das ist übrigens ein 41-Kartendeck. Ich kann mich einfach nicht entscheiden, was ich noch rausschmeißen soll. Ähm, ich spiele noch einmal Escalation of the Monarchs. Und im gegnerischen Zug könnt ihr Tributbeschwörungen machen. Das ist richtig, richtig cool. Ähm, Aether kann das ja von Haus aus schon. Mit Escalation of the Monarchs könnt ihr auch ein Vanity's Fiend oder ein Majesty's Fiend direkt von der Hand im gegnerischen Zug als Tributbeschwörung beschwören. Das ist doch richtig cool. Dann zweimal der, äh, der Primäre, der Primäre Monarch. Coole Karte, ähm, ihr könnt sie entweder als Spezialbeschwörung vom Friedhof beschwören, indem ihr ein anderes Monarchen-Zauber-Fallenkarten-Kärtchen aus dem Spiel entfernt und ihn dann als normales Monster mit 2400 Diefens aufs Feld holt. Das ist schon mal super. Er wird übrigens nicht als Fallenkarte behandelt, solange er so beschworen wurde. Das ist richtig cool, denn ein MST kann ihn mal kreuzweise. Andere Sache ist der erste Effekt. Wenn ihr ihn als Fallenkarte auf dem Spielfeld habt, könnt ihr einmal pro Zug eine Zauberfallen-Karte von dem Monarchen zurück ins Deck mischen und eine Karte ziehen. Also recycelt euch beispielsweise eure, ja, March oder eure Return. Super coole Karte und ihr dürft noch eine Karte ziehen. Dann, und da war ich erst sehr, sehr skeptisch, ob ich die wirklich spielen soll. Ich mag die Karte eigentlich nicht so, hat sich aber beim Testen unglaublich bewährt. Die Rede ist von Treue bekräftigen, Reinforce Truth. Effekt ist eigentlich schnell erklärt. Beschwöre ein Monster vom Typ Krieger der Stufe 2 oder niedriger als Spezialbeschwerung von deinem Deck. Du kannst in dem Spiel zugenämmen diesen Karten. Diese Karte aktivierst, keine Battleface durchführen. Ja, das mit der Battleface ist das, was mich immer gestört hat an Reinforce Truth. Weil bei den Monarchen, ihr wollt angreifen, ihr wollt den Gegner überrennen, ihr wollt ihn platt machen, ihr wollt ihn ermorden mit euren riesengroßen Monstern. Und Treue bekräftigen sagt einfach, nee, warte mal ein Zug. Ja, ist grundsätzlich richtig. Allerdings aktiviert es in der gegnerischen Endphase. Als mir das klar wurde, zack, hat es Klick gemacht. Die Karte ist super. In der gegnerischen Endphase Reinforce Truth aktivieren und AIDA specialen. AIDA holt AIDOS. Und schon habt ihr zwei Trifugmaterialien auf dem Feld. Könnt ihr im nächsten Zug die beiden Kärtchen opfern und einen Monarchen hinstellen beispielsweise. Und durch EIDOS, nicht durch EIDOS, durch EIDA, wenn sie auf den Friedhof gelegt wird, übrigens egal wie, dürft ihr euch ja sogar noch eine entfernte Monarchen-Zauberfallenkarte auf die Hand zurückholen. Also, ja, Treue bekräftigen funktioniert extrem gut hier drin. Finde ich eine super coole Karte. Ja, das war's vom Deck. Ich werde schauen, dass ich euch das Yu-Gi-Oh-Pro-Deck-Datei noch anhängen kann. Vielleicht schreibe ich euch noch ganz kurz eine Deckliste, die ihr euch runterladen könnt. Schaut mal in die Videobeschreibung rein. Falls ihr, wie gesagt, Verbesserungsvorschläge habt, runter in die Comments damit. Würde mich riesig freuen. Ihr dürft mir natürlich auch eine Mail schreiben. Ihr dürft mich auf Facebook, Twitter, Twitch oder Telegram anschreiben. Links findet ihr alle in der Videobeschreibung. Ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch nicht vergessen. Das wäre super cool. Und lasst doch auch ein Abo da, dann verpasst ihr die nächsten Videos nicht. Wir sehen uns beim nächsten Video-Livestream oder irgendwo sonst hier auf YouTube, Twitch und Co. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Ciao, Leute. Ciao, Leute. Ciao, Leute.